Wie bewerten Sie die Löschung der YouTube-Kanäle RT.de und der fehlende Part? Naja, das ist das, wovor ich eigentlich viele, auch übrigens Russia Today schon vor Wochen, gewarnt hatte, dass nach der Bundestagswahl, wenn die Stimmen ausgezählt sind, die Repression und die Zensur in Deutschland an Schärfe zunimmt. Also ich hatte schon im Bundestagswahlkampf, wenn ich Kritisches über bestimmte Zahlen in Sachen Corona auf Facebook gepostet hatte, dann plötzlich eine Löschung und das endete so 14 Tage, drei Wochen vor der Wahl, sodass man den Eindruck gewinnen konnte, sie wollen das nicht in den Wahlkampf kommen lassen und dadurch war aber bei mir sozusagen auch der Verdacht, dass nach der Wahl solche Maßnahmen passieren, die sind ja auch schon vorher mit Ken Jebsen und auch mit anderen, die kritisch gepostet haben, passiert. Vor der Bundestagswahl hat die deutschsprachige Presse zahlreiche Beiträge über die angebliche Bedrohung durch RT.de veröffentlicht. Sehen Sie da einen Zusammenhang zu der jetzigen Löschung der Kanäle? Ja, natürlich koordiniert werden solche Sachen in der Regel von Geheimdiensten. Da soll man sich nichts vormachen und viele Journalisten sind auch indirekt hier zumindest stimuliert. Also wir wissen, das ist nicht nur bei Kriegen, das im Vorfeld dann der CIA in die Redaktion hineinwirkt. Denken wir an den Irakkrieg oder an den Afghanistan-Krieg. Auch lange wurde ja die Öffentlichkeit getäuscht über den Verlauf des Afghanistan-Krieges. Auch das war natürlich von Geheimdiensten koordiniert, sodass man also davon ausgehen kann, dass das nicht spontan jetzt alleine auf dem Mist von Facebook und YouTube gewachsen ist. Die deutsche Regierung hat die Vorwürfe der Beteiligung an der Sperrung der Kanäle dementiert. Wie unabhängig ist in diesem Fall das Handeln des Unternehmens YouTube? Naja, das ist so, wie wenn mir jetzt einer von Moskau ein Video zeigt, wo Demonstrantinnen oder Dissidenten geprügelt werden von der Polizei. Und ich sage, das ist aber ziemlich brutal, was ich auch gelegentlich schon getan habe. Und dann sagt der Sprecher des Kreml, aber wir haben doch vor einem Jahr die Polizei privatisiert. Wir haben doch gar nichts damit zu tun. Also so ungefähr ist das, ja. Natürlich haben wir hier eine Meinungsfreiheit, die ist durch die Virtualisierung auch an Facebook und YouTube geknüpft. Und natürlich kann sich hier niemand rausreden, wenn es eine solche eklatante Lücke in den Rechtsschutzbedürfnissen der Journalistinnen und Journalisten auch von RT Deutschland, aber auch von anderen kritischen Medien gibt. Und diese Rechtslücke und Gesetzeslücke wird von YouTube missbraucht, um eine diktatorische Zensur durchzusetzen. Würden Sie die Löschung der RT-Kanäle als Zensur bezeichnen? Na, das ist schon mehr als Zensur. Zensur ist auch, wenn ich als Abgeordneter oder als Wahlkämpfer etwas poste, was kritisch ist zu der Corona-Politik oder zu bestimmten Aussagen zur Klimapolitik oder zu bestimmten Aussagen der Gender-Politik oder zu bestimmten Aussagen der Afghanistan-Politik oder zu bestimmten Aussagen der Bankenpolitik und der sogenannten Bewältigung der Finanzkrise. Und dann darf das auf Facebook keine Werbung bekommen und dann wird mir das Post gelöscht oder eben bei YouTube oder so. Das ist Zensur. Aber jetzt einen ganzen Sender so diktatorisch zu zensieren und dann sich aus der Affäre zu ziehen und zu sagen, wir haben da nichts mit zu tun. Übrigens bei Unternehmen, die in der Regel in Deutschland nicht mal ordentlich Steuern zahlen, sondern die Steuerhinterzieher und Steuerverkürzer sind, das, denke ich, ist ein eklatanter Bruch des Rechts. Und ja, also wer da mit dem Finger auf den Kreml zeigt oder mit dem Finger auf andere Regierungen zeigt, der muss immer wissen, vier Finger einer zeigenden Hand deuten auf Deutschland zurück. Und hier ist es mit der Meinungsfreiheit eben auch nicht zum Besten bestellt. Ich will nicht sagen, dass es nicht Freiheiten hier gibt, sondern es gibt sie. Es gibt auch bürgerliche demokratische Rechte und so weiter. Aber das, was da passiert ist, ist nicht hinzunehmen. Und es braucht eine breite Front. Ich kann nur hoffen, dass die FDP, auch wenn Graf Lambsdorff davon gesprochen hat, dass man Russland gewaltig wehtun soll, dass er das hoffentlich nicht damit gemeint hat, dass die wirklichen Liberalen in der FDP, also auch Kubicki und andere, von denen ich das erwarte, dagegen protestieren. Sollte Russland Ihrer Meinung nach auf die Entwicklung der YouTube-Sperrung in Deutschland reagieren? Ich halte das für falsch, das Gleiche mit Gleichem zu vergelten. Das bringt am Ende nur den Diplomaten und den Rechtsanwaltsbüros Geld und Ruhm. Ich fände es richtig. Ich habe damals schon RT Deutschland gewarnt gehabt von der Entwicklung. Ich fürchte auch, dass kritische Posts wie von Sarah Wagenknecht vielleicht demnächst gesperrt werden. Das ist jedenfalls nie ganz auszuschließen. Und dass die Leute so allmählich daran gewöhnt werden an 1984, um es mal mit George Orwell zu sagen. Der hat das übrigens damals gegen Stalin geschrieben, seinen Roman. Und jetzt wird das im Freien Westen wahr. Ich halte es für richtig, das habe ich auch immer gesagt, wenn man möglicherweise von einem russischen Sender einen Teil deutschsprachig sendet, solange das jetzt anhält und daraus mit vereinten Kräften bis in die FDP hinein, bis in die grüne Basis hinein, bis in die SPD-Basis hinein, bis natürlich die linke Basis hinein, wirbt. Schaut euch diesen Sender an aus Solidarität. Macht auch Petitionen gegen diese Schließung. Aber dann auch zu schauen, dass man in RT Deutschland mit Kreativität, also mit viel Fantasie, mit viel Witz, mit viel Satire, natürlich mit bitterer Satire, darauf antwortet. Also ich will jetzt, ich habe für diese ARD und ZDF Berichterstattung nach Frau Krone-Schmalz, die ich sehr schätze, die ja mal für die ARD in Moskau war, eigentlich nicht viel übrig. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Redakteure von Tagesthemen und ZDF sehr viel taugen. Also ich habe da andere Beispiele mit Günther Gauss und so noch erlebt, als ich in der SPD war, gab es noch wirklich einen kritischen Journalismus. Der ist ganz schön zusammengeschmolzen in Deutschland. Aber ich würde nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und mich selber in eine martialische Position versetzen, sondern gewitzt, kreativ antworten. Ich habe da ein paar Vorschläge auch gemacht, satirisch, ironisch, künstlerisch antworten, Künstlerinnen und Künstler ansprechen. Ihr könnt doch nicht dulden, dass die Meinungsfreiheit hier so gestrichen wird. Ihr seid die Nächsten mit der künstlerischen Freiheit, die dann dran sind. Also das wäre eigentlich die angemessenere Antwort. Und es gibt ja Sender, die ich auf meiner Antenne empfangen kann, die RT sind, die auch teilweise kubanisch sind, die auch venezolanisch sind. Also es müsste einem Teufel zugehen, wenn man nicht auf irgendeine Weise, zumindestens über Antenne, die Menschen erreicht, die jetzt wütend sind. Und es gibt in Deutschland 63 Prozent, die sind dafür, dass Sputnik V als Impfstoff zugelassen wird. Es gibt 70 Prozent, die waren immer der Meinung, wir brauchen Freundschaft mit Russland und nicht Krieg mit Russland. Und wenn man die anspricht und sagt, guckt euch da und dann das deutschsprachige Programm dort und dort an oder deutsch untertitelt oder sonst irgendwie, ich habe jetzt noch keinen Gedanken, wie man das technisch umsetzen kann, dann kann man eine Welle mit den Füßen oder mit den Knöpfen oder mit dem Piloten beim Fernsehen auslösen, die vielleicht dann die Verursacher dieser Zensur in die Knie zwingt. Wird Ihrer Meinung nach der Druck auf RT.de weiter zunehmen? Ja, das hängt davon ab, was die jetzt bei diesen Koalitionsverhandlungen diskutieren. Also die kalten Krieger und die Atlantikbrückler, die sind in allen Parteien. Und die Geheimdienste, von denen ich anfangs sprach, wirken auch in alle Parteien und in die meisten früher liberal geltenden Medien, wie vor allen Dingen Spiegel oder ARD, ZDF. Und selbst zu einer wie Böhmermann ist da nicht frei von dem Verdacht, dass man irgendwo indirekt in seinem Umfeld jemanden platziert hat, der ihm zumindest, ohne dass er das weiß, bestimmte Lenkungen angedeihen lässt. Also das geschieht ja auch in homöopathischen Dosen und nicht immer so plump und direkt. Wenn die jetzt in der Koalition sagen, alle Freunde der Atlantikbrücke, alle Freunde der NATO halten zusammen, wir müssen jetzt Putins Einfluss auf die deutschen Hirne und Herzen zurückdrängen und bekämpfen, dann wird der Druck zunehmen. Wenn aber wir jetzt relativ schnell eine breite, kritische, ich sag mal jetzt, Unidad Popular, um ein chilenisches Wort zu nehmen, hinbekommen, die sich wehrt, dann werden in diesen drei Parteien, bei den Grünen, bei der SPD und vielleicht sogar bei der FDP, ich habe ja vorhin schon den Namen des von mir hochgeachteten Kubicki genannt, dann die Kräfte mehr, die sagen, achtet lieber auf die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die wollen nämlich Frieden mit Russland.